Guten Abend für euch, für euch alle Nummer 220. Heute ist Dienstag, Dienstagabend der 10. November 2020. Nicht fertig werden, die Herzschläge, nicht zählen, Delfine tanzen lassen, Länder aufstöbern, aus Worten Welten rufen, horchen, was Bach zu sagen hat, Tolstoi bewundern, sich freuen, trauern, höher leben, tiefer leben, noch und noch nicht fertig werden. Von Rose Ausländer stammen diese Zeilen, dieses Gedicht, nicht fertig werden. Und sie hat tatsächlich ein krasses Leben hinter sich gehabt, zwischen 1901 und 1988. Das heißt, ich will sagen, nicht haltet durch, haltet durch, sondern wir dürfen das alles nicht vergessen. Es ist eine im Wortsinn unfassbare Zeit, das stimmt, das gebe ich zu. Aber wir dürfen unseren Humor nicht verlieren, unsere Liebe nicht verlieren, das was zwischen uns stattfindet, das was außerhalb von uns stattfindet. Und deshalb war mir dieses Gedicht heute ein großes Anliegen. Rose Ausländer. Toll. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis morgen.